Hallo Lieben, hier ist Christian, mein Partner, Beziehungscoach und so weiter und so weiter, Diplom-Psychologe und ja, heute haben wir das Gute-Laune-Thema, mein Partner hat mich so plötzlich verlassen, nicht so schön, ich blende hier mein Buch nochmal ein, ist gerade rausgekommen, Neue Dimension der Liebe und ja, mein Kurzsystem findest du auch www.liebeschimp.de, diesen Monat geht übrigens wieder los, die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge. So, eine Nachricht von Katrinka, hi, ich wurde nach einem Jahr schöner Beziehung aus unserem Jahrestag, an unserem Jahrestag aus heiterem Himmel verlassen. Also das finde ich schon gleich bemerkenswert, also erstmal, ja, tut mir das total leid, ich weiß, wie ätzend das ist, es ist immer scheiße, Trennung und, aber mal ganz ehrlich, wer verlässt seine Partnerin am Jahrestag, ey, das ist einfach, ich will es nicht immer sagen, asozial, aber es ist auf einfach sehr unempathisch und ich finde das, ich finde das also so, als genau, wie man am Geburtstag verlassen wird und klar, irgendwann ist der Tag da irgendwie, oder vielleicht hat ihn das auch getriggert, dieser Jahrestag, ich weiß es nicht, aber muss das sein, ey, ich weiß nicht, kann man es doch auch irgendwie eine Woche vorher machen oder ich weiß nicht, ey, also, aber gut, letzten Endes, wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorgeht, ich will mir jetzt auch nichts unterstellen oder irgendwie so, vielleicht hat sich so eine Dynamik so zugespitzt zu dem Tag und da macht man es halt, aber gut, und wenn man so, er ist wahrscheinlich, ist er auch mit seinen Themen beschäftigt und denkt dann vielleicht nicht, wie das, was das mit dir macht, ja, so kann man es weiter auch sehen. Er hat keine Gefühle mehr für mich, ja, dann ist es nicht der Richtige für dich, also so einfach ist das, ne, also jemand, der dich nicht will, ist nicht der Richtige für dich, ne, ganz egal, wie gut eure Beziehung war und ja, ist ja auch so mit ein bisschen Abstand, ist man ja auch dankbar für die Beziehung, die man hatte und das macht ja letztlich das Leben aus, ne, und, aber es ist nicht der Richtige für dich, ne, ganz klar. Zumindest nicht ausreichend, um eine, weiter eine Beziehung führen zu können, unter Tränen teilt er mir das mit. Ja, so schlimm das doch ist, ist, ich meine, was soll er machen, wenn es so ist, ne, ist ja gut, dass er dir das sagt, irgendwie, ne, und ich nicht, ähm, hoffentlich nicht in so eine On-Off-Schleife zieht jetzt, aber, äh, gut, da gibt es jetzt keine Indizien, aber, ja, ich stehe immer noch unter Schock, wir haben nicht zusammen gewohnt, haben keine Kinder, seine sieht er nur jedes zweite Wochenende, meine sind bei mir erst seit vier Jahren von seiner Frau getrennt, sind, die sind aber noch verheiratet. Ich habe seine Kinder nicht kennengelernt, es gab Ärger mit der Mutter der Kinder und er wollte nicht noch größere Konflikte. Ja, er ist natürlich immer total schwierig mit Kindern, äh, mein Gott, also Kindern mache ich auch immer nichts sagen, weil das ist auch immer so persönlich und individuell und, aber wenn man nach einem Jahr Beziehungen die Kinder auch gar nicht gesehen hat, das ist natürlich auch nicht so ein, fühlt sich auch nicht gut an, fragt man sie, und wenn er natürlich auch noch verheiratet ist, dafür kann es natürlich auch Gründe geben, aber die Frage darf ja mal gestellt werden, wie offen ist er überhaupt für eine Beziehung dann so, aber wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht werten, dass es, äh, es kann für Männer so viele Probleme geben mit Kindern und, ja, das steht hier auch, dass sie, eins, ihn schon gar nicht mehr sehen will und so viele Männer verlieren den Kontakt zu ihren Kindern und dass, dass sie da auch in einer schwierigen Situation sind, kann ich auch nachvollziehen, so, ne, äh, allerdings war es sein Wunsch, mir die Kinder vorzustellen, ich war natürlich verletzt, aber ich habe Verständnis für die Situation, ich hatte eh nicht jetzt bereits selbst erlebt, ich habe unsere Trennung nicht kommen sehen, auch jegliche Versuche in der Reflexion Hinweise zu bekommen scheiterten bei mir, boah, das ist das jetzt ja das zweite mal, ne, dass du irgendwas gar nicht kommen siehst, aber es ist nicht schön, kann aber passieren, ne, mein Gott, wenn dein Partner die Zweifel vielleicht so mehr für sich behalten hat und dann kochen die so hoch über die Zeit und du siehst das gar nicht und dann knallt er da plötzlich einen Tag mit raus und du weißt gar nicht, was ist jetzt vorher passiert, das gibt's natürlich, ne, ähm, ich verstehe die Welt nicht mehr, das war meine erste Beziehung, die gesund war, ja, also freut mich, dass du ein gutes Jahr Beziehung hattest, aber nochmal, der ist nicht für dich, ne, also zumindest nicht länger als dieses Jahr, weil jemand, der einen nicht will, der will einen nicht, ja, und da gibt's, äh, also natürlich weint man immer hinterher, ist ja auch normal, aber eigentlich gibt's keinen Grund hinterher zu weinen, hinter jemanden, der nicht will, so, ne, es ist, wenn man jetzt selber scheiße gebaut hat und so hat die Beziehung selber in die Tiefe gerissen, aber, ja, wir haben uns regelmäßig getroffen, Pläne geschmiedet, ich war so frei, fühlte mich sicher, auf offener Straße hat er sich dann plötzlich getrennt, ja, nochmal so richtig, ich finde es jetzt nicht so ober-empathisch, aber jetzt ist eine Trennung natürlich, ich will das jetzt auch nicht so aufblasen, immer scheiße, es tut immer dem anderen weh, ähm, kann man irgendwie auch nicht richtig machen, ob das, äh, ob jetzt auf der offenen Straße schlimmer ist als im geschlossenen Raum, äh, aber klar, ob er jetzt so richtig auch an dich gedacht hat, was man dir macht, äh, weiß ich nicht, sonst hätte er es vielleicht früher angesprochen, und ich bin da sowieso immer ein bisschen skeptisch, sag ich auch als selber Mann, obviously, ähm, Männer trennen sich höchst ungern ohne jemand Neues im Schlepptau, ähm, aber das ist auch letzten Endes jetzt egal, ne, ob es da vielleicht jemand anderes gibt, ob, ob, äh, vielleicht doch, ähm, das kann auch nur er dir sagen, ne, ob er vielleicht doch, es da wieder Connections gibt zu Ex irgendwie, ob er vielleicht auch nur, kann er auch sagen, nur wegen der Kinder, wegen dem ganzen, weil er einfach nicht, dass nicht Angst hat, dass sich der Kontakt noch mehr versteckt hat, aber das wäre natürlich eine ganz falsche Wahl, sag ich mal, und dann ist er auch einfach nicht genug in dich verliebt, so, ne, wenn das dann wichtiger wird, und, aber ich sag mal so, normalerweise so, höchstens, also aus meiner Erfahrung höchstens 10% der Männer, die sich trennen, ohne dass sie jemand anders am Start haben, so, ne, aber ist letztlich auch egal, also, es passiert halt, aber ich, ich will dich da jetzt auch nicht anträgern, ne, aber es könnte sein, nur, es ändert nichts an der ganzen Sache, es ändert einfach gar nichts, ne, aber das ist manchmal vielleicht ein Grund, warum es plötzlich kommt, oder warum der andere keine, äh, keine Zweifel hat an seiner Entscheidung, sich zu trennen, äh, ja, so, äh, wir haben uns noch einmal gesehen, haben unsere Sachen ausgetauscht, viel geweint, äh, er versteht es selber nicht, sagt er, möchte mir nicht wehtun, weiß nicht, was passiert ist, es kann natürlich auch sein, wenn ihr beide vielleicht dysfunktionale Beziehungen habt, und vielleicht war es wirklich eine ruhige, sichere Beziehungen, äh, dass er einfach über diese, dann entstehende, das kann auch sein, diese entstehende Bindungsangst nicht hinweggekommen ist, so, aber das ist nicht dein Job, das zu fixen, wenn das dann seine Entscheidung ist, äh, kann auch sein, ne, die Beziehung knallt nicht genug, ist nicht toxisch genug, und, äh, ich kann meine Gefühle einfach nicht halten jetzt, so, äh, beziehungsweise nach sechs Jahren Ehe, also das kann alles nur er dir sagen, ne, nach sechs Jahren Ehe, oder nee, vier Jahre waren das, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, will ich noch, äh, playing the field, äh, hab gar keinen Bock, mich festzulegen, jetzt machen ja auch viele, ähm, aber letzten Endes, Kaffeesatzleserei kann nur er dir sagen, ne, ähm, er versteht es selber, möchte mir nicht wehtun, weiß nicht, was passiert ist, ich glaube ihm einfach nicht, dass die Gefühle weg sind, naja, also er verlässt dich, ich meine, Taten und Worten stimmen überein in diesem Fall, und, äh, ich kann das total verstehen, wie gesagt, aber ich denke, letzten Endes, natürlich braucht man da Zeit, das zu glauben, aber es gibt jetzt keinen Grund, ihm das nicht zu glauben, warum sollte man sich trennen, wenn man jemanden total cool findet und eigentlich nichts vorgefallen ist, ne, macht eigentlich keinen Sinn, ne, äh, ich habe ein extremes Bauchgefühl und Fragen, die er mir nicht beantworten kann. Ähm, gut, das sind vielleicht die gleichen Themen, die ich da eben schon, äh, gewälzt habe, vielleicht hast du dir auch, äh, stellst dir, fragst du dich auch, ob er die volle Wahrheit sagt, äh, und wenn du auch noch ein extremes Bauchgefühl hast, weiß jetzt nicht in welche Richtung, ja, vor allem bin ich enttäuscht darüber, dass er diesen Prozess alleine gegangen ist, ich gar keine Chance hatte und ich mich jetzt frage, ob ich mich so wirklich so mit ihm getäuscht habe, ja, gut, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber, ja, wie gesagt, es gibt, also man hat, äh, das ist natürlich schön, sich auseinanderzusetzen, das ist natürlich, sollte man so machen, dass man auch vorher schon was sagt, bevor das alles auseinanderfliegt, aber, mein Gott, es gibt keine Verpflichtung dafür, ne, wenn er jetzt diesen Weg gewählt hat, hat er ihn gewählt, ne, äh, ich liebe ihn wirklich sehr, er sagt von sich aus, naja, ist auch immer so, wenn man abgelehnt wird, äh, ist man nochmal doppelt verliebt, also das, na, ist halt auch so, ähm, er sagt von sich aus, er ist nicht beziehungsfähig, ja, das gibt so einen zusätzlichen Hinweis darauf, dass er vielleicht einfach nicht verliebt war genug in der Beziehung, es zu ruhig war, zu stabil, äh, Bindungsangst gehabt hat, ähm, sagen häufig Menschen, ja, die dann doch einfach nicht mehr so verliebt sind und wissen es selber nicht so richtig, ähm, und ist so ein bisschen so, es liegt nicht an mir, es liegt, äh, nicht an dir, es liegt an mir, diese ganzen Sprüche, die ich auch, ätzend, die auch sind, auch eigentlich das Ziel haben, dich nicht zu verletzen, aber es bringt sich natürlich nicht weiter, so, ne, ähm, und warum hat er sich denn jetzt, äh, entliebt, aber, wie gesagt, ich kann natürlich jetzt aus der Entfernung schon mal gar nicht in seinen Kopf gucken, vielleicht sind die mit Kühle auch wirklich einfach weniger geworden und ist einfach so, wie er sagt, vielleicht ist auch, ähm, die nette Tennislehrerin, ähm, hat die ihm jetzt den Kopf erredet, das wissen wir alles nicht, ne, das wird auch unter Umständen nicht gesagt, ne, auch halt vielleicht, um dich nicht zu verletzen, aber ich will dich auch gar nicht einträgen, aber vielleicht ist auch gar nichts, ne, braucht viel Raum für sich, aber das war für mich gut, ja, ist doch prima, ich habe hier doch auch einen Job, äh, meine Kinderhaushaltsfreunde, ja, wie gesagt, die Hauptaussage ist ja, dass er dich nicht mehr so richtig liebt, ne, und dann kann man damit auch nicht diskutieren, das sind ja, mit Gefühlen kann man nicht diskutieren, ne, wir haben uns jetzt verabredet, in acht Wochen treffen wir uns wieder, jetzt meine Frage, macht das Sinn? Ich weiß nicht, was das ändern soll, ich persönlich hätte früher sowas auch gemacht, ich würde es heute nicht mehr machen, weil ich würde sagen, ey, äh, du machst den Irrsinn, dich von mir zu trennen, ja, okay, mach, aber okay, hier sind seine Sachen und, äh, ja, ist für mich Drops gelutscht, äh, und ich würde, selbst wenn ich traurig wäre, würde ich dann auch sagen, du, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock, dir eine Träne hinterher zu holen und, äh, alles klar, tschüss und ich schmeiße schon mal meine Dating-App wieder an, äh, sollte man natürlich nicht machen, aber, also ich würde es so auch deutlich machen, äh, okay, wenn du gehen willst, mach und, aber jetzt muss ich denken, dass ich um dich kämpfe oder so, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, so würde ich das machen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, äh, müsst ihr wissen, vor allen Dingen, wenn jemand so dezidiert und plötzlich geht und ich würde dann auch, ich würde, also aus heutiger Sicht, aber ich habe auch einfach zu viel Dreck gelesen, immer so, ich würde immer denken, dass jemand anders im Hintergrund, äh, und würde denken, ja, lasse ich den jetzt acht Wochen den anderen ausprobieren und dann kann er sich nochmal melden und nochmal sagen, ach, war doch nicht so cool, viel mehr mit dir zusammen, oh, nee, das, da würde ich sagen, ne, kein Bock drauf, also natürlich, äh, vielleicht würde ich sagen, wenn die Beziehung wirklich ruft, würde ich sagen, du, wenn du meinst, es war ein Irrtum, melde dich, dann können wir mal gucken, was wir machen, aber ich würde jetzt nicht so einen Termin setzen, wo ich dann acht Wochen drauf hinfieber, äh, den Liebeskummer unter Umständen ausdehne, nach acht Wochen kannst du schon ein gutes Stück weiter sein, so, äh, und ich komme dann gar nicht vom Fleck, weil noch dieser Termin dann steht und ich dann denke, was passiert jetzt, was passiert ist und kriege dann die nächste Abfuhr, also allein aus diesen Gründen würde ich es nicht machen, würde ich sagen, du, wenn du meinst, du hast einen Fehler gemacht, dann melde dich, aber mein Leben geht jetzt sofort weiter in fünf Minuten, ne, wenn du raus bist, geht mein Leben weiter ohne dich, so, ne, ja, das würde ich schon ganz klar machen. Wenn jemand gehen will und selbst wenn man ihn noch zurückhaben will, ist eine gewisse Kühle und Neutralität ist wirklich das Beste, was du tun kannst, weil das zeigt, ähm, Selbstliebe, das ist attraktiv, das, ähm, zeigt auch, äh, ich bin nicht offen für irgendwelche Spielchen oder unaufgeschichten, ähm, gibt's nichts zu kämpfen, ne, meiner Ansicht nach, du hast ja nichts falsch gemacht hier, so, ne, er sagt ja auch nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, ne, äh, ja, vielleicht bist du auch einfach zu nett für dich, wir wissen es alle nicht, ne, gibt es die Chance, dass wir wieder zueinander finden, wer soll das sagen, aber selbst wenn ihr wieder zusammenfindet, ist natürlich ein großer Sprung in eurer Beziehung und, äh, es hört sich jetzt nicht so an wie ein Ablauf, äh, wo jemand total unsicher ist und kommt sehr wahrscheinlich wieder, ähm, dann kommt es vielleicht noch ein Offschleif, aber es hört sich für mich auch eher nach so nicht nach einer überaktivierten Beziehung an, mit viel Drama bei euch und da kommen die Leute auch häufig nicht wieder, so, ähm, aber ich weiß es natürlich nicht, ne, äh, also die Frage, ob du ihn dann noch willst nach so einer Geschichte jetzt, ne, oder er hat das nur gemacht, um mich abzuspeisen in der Hoffnung, ich liebe ihn in acht Wochen nicht mehr, ja, ich weiß ja nicht, wie du jetzt drauf reagiert hast, weil er so sehr emotional reagiert oder vielleicht findet er dich auch zu anhänglich, das weiß ich jetzt alles nicht, steht ja relativ wenig drin in der Mail, ähm, keine Ahnung und vielleicht hat er Angst vor deinen Reaktionen und, äh, schmeißt dir noch so einen Brocken hin, kann durchaus sein, ich, müsste mal jetzt dabei gewesen sein, um das, um da noch mehr zu sagen zu können, aber, ähm, letzten Endes ist es wie es ist jetzt, ne, nicht der letzte Mann in deinem Leben sicherlich. Äh, ich habe mir eine Trennungsberatung von ihm gewünscht, ja, Trennungsberatung halte ich jetzt nicht so viel von, es sei denn, man hat Kinder und Besitz und ich weiß nicht was und eigene Flugzeuge oder irgendwelche Geschichten, also Trennungsberatung ist eine sehr unerfreuliche Geschichte, ich habe das nie gern gemacht, ich habe das ab und zu mal gemacht, weil in der Paartherapie gibt es ja immer noch ein Ziel, so, ne, also was du eigentlich möchtest, ist, glaube ich, eine Paartherapie, wo es auch noch eine Chance gibt, aber wenn einer keine Gefühle mehr hat und das so ist, nützt eine Paartherapie nichts und dann sagst du, schlauerweise Trennungsberatung, aber willst du jetzt noch zuschauen, wie dieser Mann sich von dir trennt in Zeitlupe, äh, ihr alles besprecht, in irgendwelchen Sitzungen es noch mehr wehtut, äh, du schon konfrontiert bist mit, unter Umständen, ich weiß es nicht, einer neuen Frau, äh, und da willst du es, boah, also da finde ich es tatsächlich sauberer so, ne. Er war einverstanden, möchte aber erstmal diese Pause, ähm, also das verstehe, das ist, verstehe ich nicht, das ist das Erste jetzt, was ich auch von ihm echt unklar finde, weil, wenn ich sage, ich habe keine Gefühle mehr, warum soll ich dann eine Trennungsberatung machen, äh, also vielleicht wirft er dir tatsächlich einen Brocken hier hin und da kann man auch gleich starten, wo für diese acht Wochen dann, ne, beziehungsweise, wenn er der Meinung ist, das war ein Fehler, kann er sich ja melden oder was will er in diesen acht Wochen jetzt machen, aber wie gesagt, vielleicht will er einfach nur nett sein, aber ich, das sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, so an dem Punkt, ne. Also, ich weiß einfach gar nichts mehr, ähm, ja, natürlich kann Liebeskummer übel sein, hol dir gerne Unterstützung vor Ort, ähm, ja, klar, kann man sich mal auch mal einen Hausarzt, wenn, Beratungsstelle, äh, wenn es einem ganz schlecht geht, Telefonseelsorge, ähm, ja, gibt's viele Möglichkeiten, ähm, ich zähle das immer gar nicht so oft hier auf und kann natürlich auch, äh, sich mal an der Ambulanz, wenn, im Krankenhaus einfach, wenn, wenn es nachts ist und so, also, gibt viele Möglichkeiten, aber, äh, ich denke, das ist immer nur am Anfang so schlimm und was willst du mit jemandem, der dich nicht will, so, aber ist schon ganz okay in der krassen Phase sich auch mal Hilfe zu holen, natürlich, ne, ganz klar, aber manchmal reichen auch Freunde, ich meine, Liebeskummer kennen wir alle, Liebeskummer ist einfach total scheiße, ne, aber es ist zeitlich begrenzt, das ist das gute an Liebeskummer, ne. Ähm, ich habe Hoffnung, dabei große Angst, dass diese mich, äh, kaputt macht, ja. Und, äh, das finde ich auch nicht gut an diesem Termin und ich würde diesen Köder auch nicht schlucken, ich würde denken, ey, was soll das, weil du wartest dann die ganze Zeit da drauf und, äh, das kann ich nur, unter Umständen tut dir das echt nicht gut so, ne, deswegen würde ich das nicht machen und würde einfach sagen, ja, melde ich, wenn du meinst, du hast einen Fehler gemacht und, und dann kann dein Leben weitergehen, ne. Mal abgesehen davon, äh, dass es pure Folter für mich ist, mich so lange nicht melden zu dürfen. Naja, gut, ich, das Recht, er darf Schluss machen, ne, und er darf auch sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr, ne. Hm. Gibt es einen Ratschlag für mich? Alles in mir sagt, er hat Gefühle für mich. Warum, wie kommst du da drauf, wenn jemand sich trennt und sagt, er hat keine Gefühle? Also zumindest nicht mehr genug, da drin zu bleiben, also es ist eigentlich ein kongruentes, also ein Verhalten, was Sinn macht, klare Linie hat, warum sollte, warum sollte es anders sein, ne. Und ich weiß einfach nicht, was passiert ist, was der Aushöser für diese Verschüttung war. Ähm, ja, das wissen wir alle nicht. Aber wie gesagt, wenn sowas so plötzlich kommt, nur das ändert nichts an der Sache. Also wenn da wirklich jemand anders kennengelernt haben sollte, willst du auch nicht in Dreieck reingezogen werden, oder dass er dich betrügt, oder ich weiß nicht was. Ja, also der Ratschlag ist tatsächlich, ähm, Liebeskummer arbeiten, ähm, du kannst ja auch gucken, ob dir in deinem Liebeskummerkurs noch Impulse sind, Modul 1 machen, vielleicht nochmal die Beziehung analysieren. Äh, ansonsten, was man halt macht bei Liebeskummer, ne. Liebeskummer ist ein Nachschlauch, ne, das ist ätzend, aber, äh, ja, ablenken, Bänder drin, äh, nicht mal so, also ablenken, 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 nice, geiles Leben planen, äh, unter Umständen, wo das immer so ein bisschen, oh, ich weiß ja nicht, weil jetzt schon mal keine toxische Beziehung, auch, äh, rausgehen, daten, also am Anfang ist, sag ich immer, alles erlaubt, Hauptsache, man kommt da erstmal raus über diese ersten Wochen, über dieses, äh, und lenkt sich einfach mal ab, so, weil das ist ja einfach auch so einen Entzug, ne, von körpereigenen Drogen und, ja, also das hatten wir mir mal am besten getan, einfach umdrehen, weitermachen, sagen, hey, willst, du bist so uncool und willst mit mir geiler, äh, Typ, äh, das Leben nicht weiterleben, alles klar, wird mein Leben jetzt noch fucking viel geiler, ab jetzt, so, sofort, morgen werde ich dran arbeiten, dass mein Leben einfach noch viel geiler wird und, dann kann man sich auch mal ein bisschen ärgern, kann man sagen, da bist du der Blödi, der nicht mehr mit zusammen ist, irgendwie, solche Gedanken sind auch mal völlig in Ordnung, ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, machen wir auf, mal hier.